hallo und herzlich willkommen zu einer neuen runde CSGO für alle die es jetzt nicht mitbekommen haben das CSGO schon seit 2012 draußen aber es macht immer noch hammer fun und ja ich habe vor mit euch das zu zocken ein bisschen wird auch öfter kommen jetzt deswegen gehen wir mal kurz auf spielen spiel suchen wir machen mal gelegenheitsspiel aktive dienstgruppe und legen wir mal los hier sucht mal kurz ein spiel hoffentlich platzt mir nicht irgendwo rein oder so los geht es server informationen werden abgerufen das dauert jetzt okay die karte heißt nur und mal sehen was wir bio wie wir uns da zurechtfinden können so wir werden die antiterroristen sein wir müssen aber ganz kurz warten ja weil die halt noch eine runde schau mal halt wenig zu bin gleich mit Schauen wir mal auf die Klasse. Das ist schon. Okay, es ist ein Beispiel. Jeez! perfekt also unser Team hat gerade das 2-3 gemacht wie ihr mitbekommen habt wir sehen vielleicht können wir einen 3-3 rausholen so jetzt bin ich auch mal hier holen wir uns mal eine MP und los geht's hier, nach vorne ah, der hat mich weggesnipert der hat mich weggesnipert, seht ihr da? da ganz gecheckt gemacht, ganz lässig das war so schlecht von mir, ehrlich hätte ich kommen sehen müssen aber na gut, wenn das so ist so, wer das Ziel von CSGO nicht verstanden hat so, die Terroristen müssen eine Bombe legen und die zerstören oder uns ausschalten, die Antiterroristen wir müssen dafür sorgen, dass die Bombe nicht scharf wird oder dass wir die Terroristen halt besiegen wir sind Oscar Mike Bedeutung 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 Sianna Bedeutung 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 die gehen voll auf mich drauf wenn wir die mal überraschen wenn die hier reinkommen weil hier ist ja der bombenplatz hier kann man gut alles sichten aber es ist ja nur noch ein terrorist übrig er ist auch tot ich dachte ich hätte was zu tun schade nächste runde gleich gehen die diesmal direkt zur Bombe sieht aber nicht so aus wir gehen mal runter hier kommt vorrücken Verdammt, wieso musst du den dauernd nachladen? Das ist dauernd. Nur noch einer am Leben. Oh, wo ist er denn? Ausschwärmen. Kann auch nicht verschritten sein. Der unlogisch, dass wir den nicht finden, ne? Entweder läuft der die ganze Zeit, oder er hat sich gut versteckt. Ne, jetzt haben sie ihn. Perfekt. Nächste Runde. Vorrücken. Nicht mehr gehen wir voll auf dem Siebe hier. Ich habe eine Bombe geschossen, habt ihr es gesehen? Und dann beschießt er den White Clip. Oh, wunder. Steht nur noch einer. Perfekt. Haben wir zu wenig Milizierung über hier. Zu wenig Munition, hat die mir. Aber jetzt. Perfekt. Perfekt. Zwei auf einen, drei hier. Wo sind denn die anderen? Komm her. Gibt es hier noch welche? Wir nehmen anscheinend noch ein paar. Ah, von hinten. Von hinten. Da. In der Wiederholung könnt ihr es sehen. Ich habe hier einen Topf. Ganz miese Sache. Ganz mies. Und die Antiterroristen. Oh, wei. Wir sind so wenig im Moment. Oh, 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 oh. Ah, manne. Kollegen, ich habe schon zwei Kälte-Unleidenschaften. Es ist trotzdem nicht zu gewinnen. Oh, okay. Oh, oh, okay. Oh, wow. Oh, wow. Perfekt von hinten Wo ist hier einer? Ist hier einer? Ne, oder? Es leben nur noch zwei Stück Ich sehe ja keinen Perfekt, alle tot Oh, volles Haus hier Oh mein Gott, zurück oh god yeah yeah Wo sind die? Hier war ich ja noch gar nicht. Das Ding geht nicht auf. Außer wenn ich wie das wie er ist. Ah. Da. Hier. Ah. Verdammt. Die Mund ist nachladen. Das nervt den Nachladen. Ein Schuss und der wäre down gewesen, Jungs. Ein Schuss und der wäre down gewesen. Ach. Aber wir haben gesiegt. Und das ist gut. Das war gut. Und ja. Ich hoffe euch hat diese Folge gefallen. Lasst ein Like da. Ähm. Abonnieren wäre nicht schlecht. Und bis zur nächsten Folge. Ciao. 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 Ciao.